ein herzliches willkommen zu einem kleinen infovideo denn ich werde heute mal wieder live streamen ja es ist schon längeren zeitraum her das liegt daran dass im urlaub hatte und wir wollten einfach mal chillen und ein bisschen uns zurücklehnen so wie man das im urlaub macht und ja jetzt sind wir auch endlich bereit zu live streamen wieder und was wir machen werden wir werden relikte öffnen bei barry gut her vor der türe steht und ich freue mich wenn er einschalten tut und man sieht sie